Derrafrium Wisst ihr warum wir Halloween feiern? Vor langer, langer Zeit Es war die Nacht der größten und uneinlichen Mächte Als die Tage kürzer wurden Enzündeten die Menschen im ganzen Land Gewaltige Feuer Sie zelebrierten beeindruckende Feste Und jedermann verkleidete sich bedrohlich In der Hoffnung dadurch die bösen Geister zu vertreiben All vorhanden, wie schwarzen. In jedem von uns schlummert eine dunkle Seite. Den meisten gelingt es sich ihr zu widersetzen. Aber einige werden von ihr verzehrt. Bis nichts anderes bleibt, als das absolut Böse. Unter diesen Augen verbirgt sich Lichtsals. Finsternis. Das sind die Augen eines Psychopathen. Das ist die Augen des Psychopathen. Untertitelung des ZDF, 2020